Jo Leute, was geht denn damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Streber Inversion Rollstars. Ich meine heute spiele ich das erste Mal Ryder. Zumindest spiele ich es heute das erste Mal im Video und ich würde sagen... Wie ihr von euch kennt das Spiel schon vielleicht, da hat man halt so ein Auto, und da kann man halt dann so Aufgaben erledigen, um Juwelen zu bekommen, also es ist halt so fast so wie Brawl Stars, nur halt mit Autos und sowas, also der Sinn ist wie Brawl Stars. Dass man halt so verschiedene Sachen mit Juwelen freischalten kann und man sich alles erspielen muss. Jo, ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt wieder aufge... Das habt ihr gerade gesehen, man kann auch darin sterben. Nein, ich brauche über 25 Punkte. Okay... Also das hier oben, das sind die Punkte. Oh Gott... Was?! Wie konnte ich jetzt da sterben?! Ihr seht übrigens schon... Ja, los, ich habe über 2.000 Münzen. Let's go... Oh Gott... I will miss miss... I will miss miss... I will miss miss... Sprachen lernen... Komm... Das müssen jetzt die 25 Punkte sein... Ja, komm... Oh... Das war gut... Alter... Wie dumm... Nein, ich brauche kein Leben... Okay, sehr gut, ich dachte schon, das kommt Werbung. Ich mach mal das hier und... Selten... Selten... Okay... Was?! Wow... Aber es ist relativ schnell... Ich füge mal was ein... Da sitzt doch gar... Da sitzt doch gar keiner... Hä? Da sitzt doch niemand... Okay, komm, komm... Ja, danke... Wow... Wenn ich das jetzt nicht überlebe... Komm... Das ist eine gute Runde... Boah... Boah... Okay... 23... 24... Nein... Ein Punkt... Ein Punkt, man... Scheiße... Es war ein Punkt... Ach... Wow... Ja, was soll ich denn da machen? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet... Mann... Zack... Oh... Okay... Aber das Auto gefällt mir... Sieht zwar komisch aus wie ein Roller, der gerade rückwärts wird... Aber das ist ja auch... Rinker... Und nein, das war mein Knie... Nicht wundern... Was... Nein... Jo... Wow... Jawohl... Der gefällt mir eigentlich relativ... Jo... Der ist ja richtig gut... Papa... Mö... 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 Okay... Das war... Was... Ey... Okay... Plus 180... Das ist sehr gut... Komm... Oh mein Gott... Ich dachte es ist... Und... Hopp... Hopp... Nee... Oh mein Gott... Okay... Komm... Überleb' ich... Komm... 25... Endlich... Oh mein Gott... Komm... Schaffen wir noch die 30? Schaffen wir noch die 30? Wir haben die 30... Schaffen wir noch die 40? Und... Oh... Oh mein Gott... Also die Runde ist gut... Nein! Oh... Wir haben die 43! Sammeln 18 Joven in einem Laufe... Das ist doch easy... Schaffe ich easy, Junge... Link zu den Spielen übrigens in der Videobeschreibung... Falls ihr euch das... Oh... Was? Als ob ich das überlebt hab! Oh mein Gott... Oh mein Gott... Okay... Sehr gut... Wenn ihr euch das auch unterladen wollt... Wie gesagt... Link ist in der Beschreibung... Was? Oh mein Gott... Oh mein Gott... Oh... Das hätte ich gerade nicht mal überleben können... Ja... Das ist doch klar... Das war klar... Aber davor... Ich bin fast gestorben... Und es hat... Ich hat... Also... Schaffe in zwei Läufen über zwei Seilddosen... Das ist doch easy... Start... Ah... Das war zu doller... Passt... Oh... 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 Was? Als ob ich da verreckt bin... Als ob ich da verreckt bin... Übrigens... Ich hab's auch im Hochformat... Ähm... 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 Okay... Passt... Was? Mit der? Wie... Hä? Okay... Komm... Jetzt muss episch sein... Ja... Oh mein Gott... Okay... Komm... Jo... Wie schnell der aber auch ist... Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie der Roller... Nur halt eingeklappt... What? Das war gut... Was doch... Oh mein... Was... Als ob ich das noch überlebt hab... Ich hab gedacht... Okay... Jetzt war's das... Okay... Komm... Die Gems dann nicht... Ja... Doch... Die Gems... Die nehm ich mir nochmal mit... Schaff mir dann ne neue Bestzeit... 43 ist bisher meine vorherige... Alter... Läuft... Danke... Oh mein Gott... Oh mein Gott... What? Übrigens ist heute noch der Tag vom Stream... Also heute hab ich gestreamt... Und wir haben eine neue Bestzeit... Perfekt... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Ja... Okay... Leute... Ich würd sagen... Das ist heute mit dem Video... Lasst gerne ein Like und ein Abo da... Und... Leute... Ich kann mal das Spiel runter... Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung... Ich würd sagen... Bis zum nächsten Mal... Ciao... Ciao... Ich... 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 Ich...